Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von MakeFinance. In diesem Video stelle ich dir 5 spannende Aktien aus Großbritannien vor. Vielleicht ist auch was für dein Depot dabei. Die Unternehmen kommen aus unterschiedlichen Branchen. Es gibt sowohl Big Player als auch kleinere Nebenwerte und alle Aktien schütten eine Dividende aus. Und nun viel Spaß dir beim Video. Warum sollte ich in Großbritannien überhaupt investieren? Großbritannien ist auf Platz 6 der Länder nach Bruttoinlandsprodukt und damit in Europa nach Deutschland auf Platz 2. Großbritannien ist gerade aus quellensteuertechnischer Sicht für Anleger sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich sehr interessant. Der Finanzplatz London ist einer der wichtigsten der Welt. Die gute Handelbarkeit der Aktien ist ebenso wie eine gute Datenverfügbarkeit und ausführliche Unternehmensinformationen für die Anleger vorhanden. Die Folgen des Brexits sind jetzt bei allen Unternehmen eingepreist und der Blick richtet sich nun wieder nach vorne. Mit Großbritannien lässt sich dein Portfolio etwas breiter diversifizieren. Und nun starten wir mit der ersten Aktie. Das ist ein Big Player aus Großbritannien und dieser ist im Energiesektor tätig. Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir zuletzt wieder etwas zurückgelaufen sind. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, können sich über 11,1% mit der Aktie freuen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 201,8 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 7,8 deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 14,6. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt genau auf dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 0,7. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 3,8% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre liegt bei minus 1,1%. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 3,81%, wurde seit zwei Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Flow von 21,1%. Bezahlt wird die Dividende viermal im Jahr. Das Unternehmen kommt aus der Energiebranche und ist hier im Bereich Erdöl und Gas tätig. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 6 Punkte, der Dividendenscore erreicht 7 Punkte. Beim Wachstumsscore erreicht das Unternehmen derzeit 13 Punkte und im Robustheitscheck schneidet es lediglich mit einem Punkt ab. Das vorgestellte Unternehmen ist Shell, was das größte Unternehmen aus Großbritannien ist. Gucken wir uns Shell im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf die Dividende liegt diese bei minus 0,01, auf den bereinigten Gewinn bei minus 0,15 und auf den Umsatz bei minus 0,18, was alles eher gruselige Werte sind. Die Bewertung nach dem Fair Value bereinigt in Orange liegt bei 51,8 US-Dollar. Der Fair Value des Umsatzes in grün bei 30 US-Dollar 28 und der Fair Value der Dividende in blau liegt bei 22 US-Dollar 23. Die Stabilitätszahlen sind alle eher schlecht und eignen sich nur eingeschränkt für eine Aktienbewertung. Das Unternehmen Royal Dutch Shell wurde im Jahr 1907 durch den Zusammenschluss von Royal Dutch Petroleum Company und der Shell Transport & Trading Company gegründet und hat seinen Sitz in London. Shell ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig, darunter Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas, Raffinerie, Vertrieb von Kraftstoffen und Schmierstoffen, Petrochemie, Erneuerbare Energien und Flüssigerdgas, das sogenannte LNG. Gucken wir uns die regionale Umsatzverteilung an. Den größten Anteil am Umsatz erzielte Regionen Asien, Ozeanien und Afrika mit 33,2%, gefolgt von USA mit 22,8%, Europa 22,5%, der Heimatmarkt Großbritannien 13,2% und sonstige machen noch 8,3% am Umsatz aus. Das Unternehmen leitet seit Januar 2023 Wheel Savanen als CEO. Bei dem Unternehmen arbeiten weltweit 93.000 Mitarbeiter. Kommen wir nun zur zweiten Aktie. Dieses Unternehmen ist ein weltweiter Vertreiber von Non-Food-Verbrauchsgütern. Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir seit einem Jahr nahezu unverändert sind und Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, einen leichten Kursverlust von 1,9% mit der Aktie erlitten haben. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 11,4 Milliarden Euro. Damit ist es einer der kleineren Werte, die ich dir heute mitgebracht habe. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 16,3 unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 17,3. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell mit 0,8 genau auf dem 10-Jahres-Wert. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 9,1% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre liegt bei 7,7%. Die Dividendenrendite beträgt 2,16%, wurde seit 30 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von 23,5%. Gezahlt wird die Dividende zweimal im Jahr und das Unternehmen ist in der Branche der Industrie tätig und hier ist es ein industrieller Lieferant. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 11 Punkte, der Dividendenscore erreicht 9 Punkte, der Wachstumscore kommt auf 3 Punkte und im Robustheitscheck schneidet das Unternehmen mit 13 Punkten ab. Die vorgestellte Aktie ist die Banzl-Aktie. Schauen wir uns Banzl im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf die Dividende bei 0,99, auf den Umsatz bei 0,98 und auf den bereinigten Gewinn bei 0,97. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende liegt bei 29,6 britischen Pfund, der Fair Value bereinigt in Orange bei 28,12 britischen Pfund und der Fair Value des Umsatzes in Grün liegt bei 25,38 britischen Pfund. Die Stabilitätszahlen sind alle sehr gut und zur Aktienbewertung geeignet. Die Banzl-Aktie ist derzeit eher überbewertet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1854 in Bratislava gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in London. Banzl entwickelte sich über die Jahre von einem Einzelhandelsgeschäft für Tabakwaren zu einem weltweiten Großhandelsunternehmen. Schauen wir uns die regionale Umsatzverteilung an. Den größten Anteil am Umsatz erzielt man in Nordamerika mit 61,2%, gefolgt von Europa mit 18,1%, UK und Irland 12,0% und sonstige machen noch 8,8%. Das Sortiment umfasst Verpackungsmaterialien, Einweggeschirr, Hygieneprodukte wie Seifen und Handtücher, Reinigungsprodukte und Arbeitsschutzausrüstung. Die Kunden kommen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Gastronomie und Industrie. Und auch ich in meiner Zivi-Zeit habe die Produkte von Banzl kennengelernt, da wir hier regelmäßig in der Jugendherberge bestellt haben. Das Unternehmen leitet seit Januar 2016 Frank von Zanten als CEO und bei Banzl arbeiten weltweit 22.451 Mitarbeiter. Die größte Bank Europas kommt ebenfalls aus Großbritannien. Beim Blick aufs Jahreschart sehen wir, dass die Aktie derzeit gerade Anlauf nimmt, um ein neues Jahreshoch zu erreichen. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, können sich über einen Kursgewinn von 29% freuen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 137 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis liegt mit 6,0 deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 11,1. Das aktuelle Kursumsatzverhältnis liegt mit 1,8 unter dem 10-Jahres-Schnitt von 2,2. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 6,9% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre liegt bei 0,5%. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,62%, wurde seit 2 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von gerade einmal 6,3%. Gezahlt wird die Dividende zweimal im Jahr. Das Unternehmen kommt natürlich, wie es für eine Bank üblich ist, aus dem Finanzenbereich. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 6 Punkte, der Dividendenscore erreicht 7 Punkte, im Wachstumsscore schneidet das Unternehmen mit 12 Punkten ab und im Robustheitscheck kommt es auf 10 Punkte. Die vorgestellte Aktie ist die HSBC. Schauen wir uns HSBC im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf den Umsatz liegt diese bei 0,52, auf den bereinigten Gewinn bei 0,23 und auf die Dividende bei minus 0,3. Die Bewertung nach dem Fair Value bereinigt in Orange liegt bei 13,19 britischen Pfund, der Fair Value der Dividende in Blau bei 13,18 britischen Pfund und der Fair Value des Umsatzes in Grün liegt bei 7,36 britischen Pfund. Die Stabilitätszahlen sind alle eher schlecht und eignen sich nur eingeschränkt für eine Aktienbewertung. Ich würde zum Umsatz tendieren und hiernach ist die HSBC Aktie derzeit unterbewertet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1865 gegründet und hat seinen Sitz in London. HSBC steht für Hongkong und Shanghai Banking Corporation. Ihr Ursprung liegt in der Finanzierung des Handels zwischen China und Europa. Sie zählt zu den größten vier Banken. Die Bank besteht aus mehreren Bereichen. Einzel- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Handel- und Privatkundengeschäft. Schauen wir uns die regionale Umsatzverteilung an. Den größten Anteil vom Umsatz erzielt man in Hongkong mit 27%, gefolgt von Asien mit 21,9%, UK 20%, Europa 8,5%, USA 6,6%, Lateinamerika 6,5%, der Nahe Osten und Afrika mit 5%, Nordamerika 4,3% und Frankreich mit 0,2%. Das Unternehmen leitet seit März 2020 Noel Quinn als CEO und bei der HSBC arbeiten 219.000 Mitarbeiter. Kommen wir zur vierten Aktion. Hier der Hinweis, in diese bin ich selber investiert. Mein Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir demnächst vermutlich ein neues Jahrestief erreichen werden. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, haben einen Kursverlust von minus 5,4% mit der Aktie erlitten. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 110,8 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 16,8 unter dem 10-Jahres-Wert von 19,7. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 1,9 ebenfalls unter dem 10-Jahres-Wert von 2,3. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre liegt bei 5,5% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre bei 2,4%. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 3,94%, wurde seit 0 Jahren gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von 75,4%. Gezahlt wird die Dividende viermal im Jahr und das Unternehmen kommt aus dem unzyklischen Konsum und hier aus dem Bereich Haushalts- und Pflegeprodukte. Der Trader Fox Qualitätsscore kommt auf 9 Punkte, der Dividendenscore erreicht 11 Punkte, der Wachstumsscore kommt auf 4 Punkte und im Robustheitscheck schneidet die Aktie mit 12 Punkten ab. Die vorgestellte Aktie ist die Unilever-Aktie. Und wer lieber Racket Bankheiser gesehen hätte, für den habe ich oben die ausführliche Analyse in der Infokachel verlinkt. Viel Spaß dabei! Schauen wir uns Unilever im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf der Dividende liegt diese bei 0,98, auf den bereinigten Gewinn bei 0,96 und auf den Umsatz bei 0,95. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in blau liegt bei 44,0% und der Fair Value bereinigt bei 41,09% und der Fair Value des Umsatzes in grün liegt bei 38,56%. Die Stabilitätszahlen sind alle sehr gut und zur Aktienbewertung geeignet. Die Unilever-Aktie ist derzeit leicht unterbewertet. Das Unternehmen entstand 1930 durch den Zusammenschluss der niederländischen Margarine Union und der britischen Lever Brothers und hat seinen Sitz in London. Unilever ist der viertgrößte Konsumgüterhersteller der Welt. Ein bekanntes Markenportfolio mit über 400 Marken gehört zu dem Konzern. Die bekanntesten sind AX, DAF, Dufstas, Knorr, Ben & Jerrys, Lagnese und FIS. Schauen wir uns die regionale Umsatzverteilung an. Den größten Anteil im Umsatz erzielt man in der Region Asien, Pazifik und Afrika mit 34,3%. Gefolgt von den USA mit 20,2%, Europa 15,3%, Amerikas mit 14,6%, Indien 11,4% und UK mit 4,2%. Damals ist man gerade in den Schwellenländern besonders gut positioniert. Das Unternehmen leitet seit Juli 2023 Hein Schumacher als CEO und bei Unilever arbeiten weltweit 127.000 Mitarbeiter. Als fünfte Aktie habe ich dir eine Pharmazie-Aktie mitgebracht. Beim Blick auf CR-Chart fällt auf, dass wir zuletzt den Rückwärtsgang eingelegt haben. Und Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, können sich dennoch über einen ordentlichen Kursgewinn von 23,6% freuen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 4,5 Milliarden Euro und damit ist es heute der kleinste Wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 10,4 und damit deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 17,0. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell bei 1,8 und damit ebenfalls deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 2,9. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre liegt bei 6,9% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 10,6%. Die Dividendenrendite beträgt 2,83%, wurde seit 5 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Flow von 36,3%. Bezahlt wird die Dividende zweimal im Jahr. Das Unternehmen ist in der Gesundheitsbranche und hier im Bereich Pharmazie tätig. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 11 Punkte, der Dividenden- und Wachstumscore erreicht jeweils 4 Punkte und im Robustheitscheck schneidet die Aktie mit 7 Punkten ab. Das vorgestellte Unternehmen ist Hikma Pharmaceuticals. Schauen wir uns Hikma im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf den Umsatz 0,99, auf die Dividende 0,97 und den bereinigten Gewinn ebenfalls 0,97. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in blau liegt bei 34,6% britischen Pfund, der Fair Value bereinigt in orange bei 29,69% britischen Pfund und der Fair Value des Umsatzes in grün liegt bei 26,64% britischen Pfund. Die Stabilitätszahlen sind alle sehr gut und zur Aktienbewertung geeignet. Die Hikma Pharmaceuticals Aktie ist derzeit unterbewertet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1978 in Jordanien gegründet und begann mit der Herstellung von Arzneimitteln für den Nahen Osten. Heute befindet sich der Hauptsitz in London. Hikma konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Generika-Medikamenten. Es betreibt auch eigene Forschung und Entwicklung, eigene Arzneimitteln und vertreibt Biosimilars, injizierbare Medikamente und Inhalationsmedikamente. Schauen wir uns die regionale Umsatzverteilung an. Den größten Anteil erzielt man mit 56,9% des Umsatzes in den USA, gefolgt von dem Nahen Osten und Afrika mit 15,1%, Saudi-Arabien 9,5%, Europa und die sonstige Welt 8,3%, Algerien 5,2%, Ägypten 4,6% und Großbritannien 0,3%. Das Unternehmen leitet seit April 2023 Riyad Mishlawi als CEO. Und bei Hikma arbeiten 8.800 Mitarbeiter. Und bevor wir zum Fazit kommen, für alle die Diageo vermisst haben, für die habe ich oben die ausführliche Aktienanalyse verlinkt. Demnächst stelle ich dir die Halme Aktie vor. Um dieses Video nicht zu verpassen, abonniere kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um benachrichtigt zu werden, sobald das Video online kommt. Vielen Dank dafür. Kommen wir nun zu meinem Fazit zu einem Aktieninvestment in Großbritannien. Einige britische Aktien gehören zu den größten der Welt. Der Aktienmarkt ist einer der bedeutendsten der Welt. Im MSCI World ist Großbritannien die drittgrößte Position mit 4,1%. Eine Quellensteuer fällt in Großbritannien nicht an, dafür aber eine Stempelsteuer beim Kauf der Aktie. Es gibt eine hohe Anzahl börsennotierter britischer Unternehmen. Hierbei ist ein hoher Fokus bei Finanzen, Basiskonsumgütern, Energie und Rohstoffe. Bei Unilever bin ich bereits investiert und würde diese Position auch gerne weiter ausbauen. Im Bereich Pharma deckt Higmar mit dem Nahen Osten eine Region ab, die ich gar nicht in meinem Depot habe. Zur Zeit ist mir der Kurs für einen Kauf aber noch etwas zu hoch. Banzl verfolge ich schon seit meinem Zivildienst, da die Jugendherberge hier ein treuer Kunde war. Hier würde ich bei einem Kursrückgang gerne mal eine erste Position eröffnen. Die HSBC als eine der Big Four Banken ist spannend, da sie eine sehr gute Positionierung in Asien hat. In Shell war ich früher mal investiert, finde derzeit jedoch in diesem Segment andere Unternehmen deutlich spannender. Die vorgestellten Aktien finde ich bis auf Shell alle interessant. Ich würde aber aufgrund der Zusammensetzung des Gesamtindizes keine Sammelanlage wählen. Wer dennoch lieber passiv über einen ETF investieren möchte, für den könnte möglicherweise der Vanguard FTSE 100 Usage ETF mit 100 Unternehmen und einer Total Expense Ratio von 0,09 und einer Tracking Differenz von 0,08% eine Alternative sein. Schreib mir deine Meinung zu den Unternehmen gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video teilst und es gerne bewertest. Vielen Dank für deinen Support, gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.